Tag 103 und damit herzlich willkommen zu Stranded Deep, eine Folge. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Gut. Vielleicht auch nicht so gut, weil es ist jetzt tatsächlich wieder ziemlich, ziemlich, ziemlich lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und ich jetzt erstmal überlegen muss, was wir jetzt hier zuletzt gemacht haben. Ah, jetzt. Okay. Ich spiele momentan leider ziemlich viele verschiedene Spiele, wo ich dann halt immer ein bisschen durcheinander komme, wie hiermit zum Beispiel, weil das ist jetzt bei... Oh Gott. Bei... Bei... Jetzt komme ich nicht drauf. Ähm... Minecraft. Ist das nämlich zum Beispiel jetzt schon wieder anders? Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich hier schon mal war. Sieht aber tatsächlich so aus. Okay. Wow. Habe ich weggeschmissen, weil die leer war, aber... Dass man die dann doch nochmal sieht. Okay. Ich weiß noch, dass wir zuletzt irgendwie Lehm gesammelt haben, weil wir uns ein Haus bauen wollten. Wollte ich nochmal ganz kurz gucken, wie viel Lehm wir haben. Da ist ein bisschen was drin. Das ist schon fertig sogar gebrannt. Ja, dann hätte ich schon fast gesagt. Geht's genau damit. Jetzt hier erstmal ein bisschen weiter. Äh. Okay. Tag 102. Entschuldigung. Was ist denn hier so alles? Oh Gott. Ja. Hier haben wir auch so einiges gefunden. Zufälligerweise auch ein... Spitzhacke ist hier nicht drin. Ah, hier. Hier können wir reinpacken. Okay. So. Okay, dann ist der hier schon mal voll. So. Hier genau. Au... äh, Autoteile. 4, 2. Hier müsste er nochmal Stoff rein. Okay, Stoff und Taschel. Jetzt muss ich hier erstmal... Ah, weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, eigentlich nicht. Ah. Taschelampe. Okay. Jetzt tatsächlich eigentlich nur noch leer machen hier alles. Den Fisch lasse ich jetzt erst einmal in Ruhe. Nee. Hier sind auch schon vier drin. Einen würde ich mitnehmen sogar. So, hier kommt dann das rein. Und ja. 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 Moment mal. Ich bin vergiftet? Wieso das? Ähm. Ich bin gar nicht aufgefallen. Hä? Okay. Mit C gedrückt halt. Nee. Building? Nee. Crafting. Consumer Balls. Ah, verdammt. Ich brauche eine gute. Keine solche, sondern eine gelbe. Sag ich mal so. So. Okay. Ich muss ja mal ganz kurz gucken. Na gut. War auf jeden Fall richtig, aber es war trotzdem doof, und das, ja. Und ich habe bestimmt einer dabei gehabt. Aber ist egal. Dazu würde ich niemals sagen, Mist. Sondern eher immer geil. So. Okay. Gehen wir mal jetzt hier auf. So, Moment mal. Gut. Hier. Zack. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Können es nur sein, dass es halt nur 5 sind Gucke mal einer an Okay, ne, okay, okay Oh, ist das eine schöne Welt, ey Obwohl es für meinen Geschmack doch ein bisschen zu viele Fische sind, aber Der Heil kommt definitiv gleich nochmal wieder Da war ein kleiner Hai, ich glaube aber trotzdem, dass die mir nichts tun Da ist noch so ein Fisch, Alter, was ist denn los mit diesen Giftfischen da? So, nochmal ein kleiner Hai Finde ich gerade ein bisschen schade Ich finde gerade kein Leben mehr Oh, okay Oh, zum Sprinten habe ich die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt, sehe ich gerade Ich habe immer STRG gedrückt Das ist ja Okay Ich blute Warum hockst du dich eigentlich jetzt immer hin? Achso, ah, wie STRG Ähm Ich blute Verdammt, was macht man dagegen? Bandage? Wie macht man Wie macht man sich Oh, verdammt Äh, C Bandage Okay So Okay, super Das ist natürlich nicht so perfekt, aber gut, ist ja egal Dafür ist das ja Okay, dafür ist es ja da Okay, hier kommt dann auch wieder mal die Laterne rein Natürlich Ah, genau Immer mit Gut Okay Egal Consumer Parts So, ich würde vielleicht mal Ah, verdammt Dafür bräuchte man auch noch so ein Antitode Oh nee Das ist immer ein bisschen dolle Was ist denn los? Kommt du Da stabiler stehst Ich hoffe Ähm So eine Antitode Zu finden Ist immer schwierig Und eine immer Da zu haben Ist natürlich auch Super wichtig Weil Falls so eine Schlange kommt Oder man irgendein Ding da unten streift Und dann wieder vergiftet ist Oder das Ding da Finde ich es dann doch besser So was mag ich Oh Gott Sind die okay Oh nee, oder wird es echt schon dunkel? Oh Oh Ha. Okay. Scheint so, als wäre hier tatsächlich... ...tatsächlich nur einer. Also einmal, einmal... Ich komme gleich drauf. Einmal... Unglaublich. Lehm gewesen. Schade. Sehr schade sogar, aber gut. Entweder bin ich blind, oder... Ist halt so. Hier kommen ja nur die rein. Aber was war hier oben? Ich würde dann tatsächlich überlegen, auf eine nächste Insel zu schuppern. Wie spät haben wir es denn? Äh... Da... Oh Gott, ich habe fast trinken gestimmt. Mal trinken hier. Essen. Nochmal. Ähm... Angeln wäre vielleicht gleich mal so verkehrt. Ich hoffe, das klappt jetzt noch bei der... ...Helligkeit... Oh. 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 Ich sehe die ab und zu so komisch aufblinken, aber das war es dann auch schon wieder. Ich drücke immer echt die falsche Taste, dann hockt er sich so komisch hin. Super. Bräuchte ich ein Messer. So. Was ist das denn? Ich mache hier immer 5 Stück fertig. Ich musste mir auch mal einen Zettel schreiben, was ich hier als nächstes machen möchte, wollte. Ich glaube ich bin momentan einfach, ich wandere von Insel zu Insel momentan glaube ich einfach vor. Schlafen könnte ich theoretisch eigentlich auch. Ich überlege auch gerade, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwo in irgendeinem Boot habe ich auch noch diese gelben Bäder gesehen. Wäre gar nicht mal auch nicht so verkehrt. Weil die halt auch ziemlich wichtig sind vor allem. Ähm. Ich möchte ja mal ein Bildchen mal lang noch größer kriegen. Wieder falsch gedrückt. Ich weiß nicht, es gibt doch keine. Doch. Auch, ja. Auch Minecraft, womit man da mitrennt. Momentan spiele ich viel zu viele verschiedene Spiele. Hier. Ist mir aufgefallen. Zwei Fische habe ich da noch. Das ist Misty. Da. Zwei Fische habe ich da recht oft. Na. Da? So gekocht, nochmal sieben. Das geht schnell. Das geht echt schnell. Okay, die anderen, ja gut. Achso, ja, 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 das ist sogar gut. Und der letzte kann ich jetzt so schnell machen. Smoke, 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 smoke. Okay. Ja, das ist ja theoretisch auch ein Fisch, das wäre perfekt. Ah. Perfekt. Geil. Ah, geht die Folge doch schon länger als ich dachte. Okay, gedinkt. Auch gekocht und da oben noch nicht weiter. So. Okay. Das Messer da rein. Das ging doch rein. Okay. Okay. Ja, es ist ein bisschen warten. Angesagt. Das hier wird doch als nächstes, oder? Ach, Ding macht es, wenn es gekocht ist und macht es, wenn es gesmoked ist. Jetzt ist das da oben. Ja, ist alles gekocht. Was ist denn hier mit dem Boden los? Was? Egal. Eigentlich müsste es einmal klingeln wegen dem. Warte mal. Ach so, ist auch ein Ding. Ist okay. Gekocht. Aber. Bist doch schon die ganze Zeit hier gekocht, ey. Bringt das hier unten gar nichts so? Boah. Boah. Ich brauche ja schon fast hier wieder. Muss ja vorher noch ein bisschen größer machen. Ah. Tatsächlich, dann ist einfach alles trotzdem gleichzeitig fertig. Nein. Auch nein. Sammöglichst. Det. Um Mal. Um. 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 Um zuerst ro was du. man erkennt den Unterschied echt kaum hätte ich nicht gedacht das hätte ich jetzt absolut nicht gedacht verdammt na gut eigentlich dachte ich zu schlafen jagen haben noch ganz bisschen ganz ganz klar das büschel wir sind fertig ich bin hier wieder fliege also könnte ich ja sogar geil so gucken wir hier noch mal ganz kurz rum Jokafrucht ja stimmt was war jetzt doch mal das die Jokafrucht damit könnte man aber irgendwas machen das weiß ich noch achso es kann sein dass ich diese Story gar nicht bekomme weil ich dann neu anfangen müsste mit spielen mit der mit allem das habe ich nämlich gelesen ich habe mich ich habe nicht gewundert warum ich noch gar nichts gefunden habe und es kann sein dass es irgendeinen fehler gibt was das fehler ein update wo ich dann so gesehen oder wo die leute die schon länger spielen rausgenommen wurden und deswegen gar nicht diese story sachen items finden was bedeutet theoretisch kann ich niemals fertig werden also niemals wie soll ich sagen ja doch eigentlich ja niemals fertig werden das ist bisschen schade ehrlich gesagt ich hätte mich sehr gefreut wenn das so wäre aber ja leider nicht leider gottes nicht jetzt hat das richtig gemacht wo eins aber erst richtig gemacht gibt's als smoker kann ich euch nur empfehlen ich glaube das ist hier mit das beste item was es hier noch gibt so das item ist es eigentlich nicht ist ja das was für eine hand hat hinbaugerät sag ich jetzt mal ganz ähnlich aufstellgerät ich verstehe nicht um dieser us-b-stick der uralte so ultra krank heiß wird obwohl man damit nichts macht aber gut ist so so dann vielen Dank fürs zuschauen aber die mich gibt da noch um schreibt den kommentar wie das video gefallen hat tschüss tschüss